Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, Zahl der freiwilligen Organspender in Deutschland erhöhen ist das Thema. Ansatz, zu wenig Organspender haben wir. Wir haben natürlich zwei, müssen unterscheiden zwischen der geringeren Organverfügbarkeit und der zur geringen Spendenbereitschaft. Die zu geringe Organverfügbarkeit hängt natürlich damit zusammen, dass wir einen anderen Standard haben, Hirntod zu Herztod. Aber das ist nicht das Thema heute, sondern es geht um die Bereitschaft. Die Spendenbereitschaft, meine Damen und Herren, ist einer der sensibelsten Bereiche in der Medizin. Hier geht es um Leben und Tod. Der eine kann nur dann leben, wenn der andere stört, meine Damen und Herren. Das heißt, Vertrauen als Grundlage zur Motivation als Spender ist das Wichtigste, was wir hierbei haben. Das bedeutet weiterhin, dass wir uns keine Skandale leisten können. Auch nicht der leisteste Ansatz kann die Motivation, Spender zu sein, zerstören. Deswegen ist es so wichtig, dass wir hier ganz, ganz vorsichtig und ganz korrekt vorgehen. Die Verfahren, die wir zurzeit haben, Spenderausweis oder auch auf der elektronischen Patientenkarte, reichen nicht aus, weil man ja die oft gar nicht bei sich hat oder nicht bei sich haben wird. Das heißt, wir brauchen eine andere Erfassungsstelle. Da schwebt mir vor, als Vorschlag nur, dass wir eine zentrale Stelle haben, wo man per Knopfdruck vonseiten der Organisationsstrukturen, die das durchführen, sofort weiß, das ist ein Spender. Man hat keinerlei Zweifel. Man kann also arbeiten, ohne dass man recherchieren muss. Aber diese Kartei müsste auch oder diese zentrale Stelle müsste auch eine Widerspruchsmöglichkeit beinhalten, dass man auch im Laufe seines Lebens davon wieder zurücktreten kann, wenn man aus welchen Gründen auch immer der Meinung ist, man möchte es nicht mehr tun. Das Problem der Patientenverfügung sollte unbedingt vom Gesetzgeber dann mit eingebaut werden, denn das kann ja eine Organentnahme verhindern. Im Gesetzentwurf des Ministeriums, des Ministers ist unter A allgemeiner Teil, zweiter Absatz, wird suggestiert, als wenn die Anzahl der niedrigen Spender auch mit der Stärkung des Transpensionsbeauftragten zu tun hat. Das kann ich ja nicht erkennen. Wir müssten erstmal wissen, welche konkreten Aufgaben er eigentlich wirklich hat, welche Qualifikationen müsste er haben. Und vor allen Dingen brauchen wir für ihn bundeseinheitliche Regelungen, keinen Flickenteppich, dass die Einländer das so oder so machen. Das, denke ich, wird ja auch geregelt werden müssen. Da kommen wir nicht dran vorbei. Unter dem Punkt 3, Punkt 5 allgemeiner Teil steht drin, dass der Grundstein für den Aufbau eines Qualitätssicherungssystems gelegt werden soll. Da ist natürlich sofort die Frage, hatten wir vorher kein Qualitätssicherungssystem? Das macht dann auch keinen guten Eindruck, wenn so etwas erst eingeführt werden muss. Ich möchte eines deutlich machen. Meine Damen und Herren, Gewinnerziehungsabsicht im Gesundheitswesen habe ich sowieso schon immer Probleme mit, das als wirtschaftlichen Zweckbetrieb zu sehen. Und hier in diesem Bereich finde ich es besonders problematisch. Es dürfte oder es müsste anders gemacht werden, dass man vielleicht Spezialkliniken haben, die ohne ein eigenes Budget das als Pflichtaufgabe mit einem allgemein höheren Budget mit beinhaltet, zum Beispiel eine Universitätsklinik, die dann nur diese Arbeit durchführt und keinen externen Ausweis der anfallenden Kosten, nur ärztliche Pflichtaufgabe, kein Interesse an der Organverpflanzung aus wirtschaftlichen Erwägungen. Das würde das Vertrauen stärken. Denn wenn jemand hört, naja, wenn Organe genommen werden, dann kriegt er die und die Vergütung dafür. Das macht keinen guten Eindruck für Spender. Und ich denke, wenn das eine Pflichtaufgabe wäre, die wirklich eingebaut ist, dass es also wirklich uninteressant ist, wie viel sie machen, dann hätten wir mehr Vertrauen. Das könnte ich mir vorstellen. Dann denke ich daran, dass die Einbeziehung des Personals durch schlüssige moralisch-ethische Begründungen bei deren Tätigkeit, die müsste auch gestärkt werden. Es gibt viele, die daran beschäftigt sind, die wirklich auch Probleme dabei haben bei diesem sensiblen Thema. Und die müssten auch entsprechend geschult werden, auch eingeführt werden, dass sie diese Arbeit auch wirklich ohne Beklemmung, ohne irgendwelche Nachwürgen für ihre eigene Sensibilität durchführen können. Abschließend will ich eines zu sagen. Wir haben mittlerweile einen Trend zu verzeichnen. Wer spendet, ist ein ganz lieber Mensch. Das ist ja auch so. Das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, die nur Anerkennung findet. Aber gleichzeitig dürfen wir nicht übergehen, dass die herabgewürdigt werden, die das nicht tun. Das ist eine freiwillige Aufgabe. Das ist eine freiwillige Leistung. Das ist eine eigene Entscheidung. Und die sollte jeder für sich treffen können, ohne dass er moralischen Zeigefinger bekommt. Auch wenn wir die Spender wirklich ganz, ganz deutlich in dieser Gesellschaft anerkennen und loben müssen. Vielen Dank.